So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 13. Ich bin zwar wieder eure Boom36, ich weiß, hier gibt's oben gibt's auch noch eine Mission, die wir gerne erfüllen können, aber noch nicht jetzt, das mache ich später. Wir möchten jetzt erstmal dahin rennen, wo es denn die Mission eigentlich zu erledigen gilt. So. Denn die ist nämlich nicht hier. Einsoweit springt sie dann doch wieder nicht runter, aber hier ist nochmal ein Item. Coole Sache. Was war denn hier für ein Item? Ein Erdringer, toll. Yay, Salto, 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 Salto. So, bei den Trümmern rennen wir wieder vorbei. Die können wir noch nicht besiegen. Ich möchte es euch jetzt auch nicht demonstrieren. Nein. So wild bin ich dann doch noch nicht da drauf. Übrigens. Man kann die später, wie gesagt, besiegen. Es gibt aber auch eine Mission, die kann dir das ganz schön versauern. Aber dann werden sie nämlich noch stärker und dann wird's schwierig. Obwohl, ich würde mal auf der Missionsliste sehen. Wir sind gerade bei Nummer 11. Eine Belohnung eines Helden. Wo ist Nummer 10? Ach, da oben. Ah, ne, die brauche ich jetzt auch nicht, danke. Wir wollen doch, wo wollen wir genau hin? Darüber. Also wir müssen jetzt erstmal hier um den Spalt rum. Spalt, Spalt, Spalt rum. So, dann geht's hier weiter geradeaus einfach nur, denke ich mal, ne? Äh, geradeaus? War das geradeaus? Ne, nicht ganz. Aber fast. Die Goblin und die Monster kämpfen gegeneinander. So, wo sind wir denn jetzt? Ich weiß gerade nicht, ob wir richtig laufen. Äh, ja, wir laufen soweit richtig. Hier sind wieder Schäfchen. Yeah. Da oben ist eine Statue, die wir nicht besteigen können, weil ich ja kein Schokobu habe. So, da muss ich hin. Das heißt, wir gehen jetzt hier um den Dings rum. Hä? So, so, und so, und so, und so, und so. Wir hatten das ein Item, das wir schon eingesammelt haben. Ist das auch ein Item? Ne. So, jetzt geradeaus. So, ich glaube, ich muss die hier besinnen, ne? Das hier ist, glaube ich, mein Ziel. Ja, ist es auch. Na, dann mal los. Die Daumen mal wieder am links, weil es so viele sind. So, einmal einen, und... Und schlagen! Also, du musst aufpassen, dass sie keine zusammentrommeln machen. Auf mein Weg! Nein, du rufst keine, hörst du? Nein, du sollst niemandem beschwören! Na gut, von mir aus, den kannst du beschwören. Autsch! Komm schon, der muss sterben. Böne Front, bitte! Nein, die Güte Vidra Willst du bitte sterben gehen? Vorher nochmal jemanden da raufbeschwört Da kommen schon Folger Au, das ist doch verdammt nochmal weh Das ist eigentlich glaube ich egal, ob wir es faust oder nicht Aber egal, haben wir einfach Und auch diese Mission ist damit Geschichte Leder und Schwarzleder Yeah, Mission erfüllt Eisring mal zwei Na toll, kannst du behalten So Da noch oben rauf komme ich ja nicht Was bist du für eine Mission? Wir sind bei... Das ist die Mission Nummer 13 sein Auf immer und ewig Wir ersehtreten in einen ehrenvollen Wettstreit Um die Erfüllung unserer Bestimmungen Gegeneinander an Kurzen Moment Unsere Bestimmung ist es auf dem Nordpatau In der Allisteppe Die Gloppelmeiße zu erschlagen Dieser Wettstreit ist ein perfides Spiel Der Faisi Doch der Gewinner soll von seinem Schicksal Als Sieg erlöst werden Ich muss gewinnen, damit ich zu meiner Geliebten zurückkehren kann Und sie über ihre Hand bitten kann Alles klar, machen wir doch So, wo ist denn das Schon wieder Da Ziemlich weit hinten Findest du nicht auch Warte mal Ich hab doch eigentlich Ach, Moment Wo bin ich denn eigentlich? Ich bin irgendwo Irgendwo im Nirgendwo Ich bin hier Und da hinten ist ja die Statue Genau So, warte mal Ich kann doch eigentlich jetzt da reisen Warte Warte Äh Das ist mir gerade Ich laufe schon wieder falsch, ne? Ich laufe eigentlich richtig Auf die Statue zu Ah, nein, tschüss Euch will ich nicht bekämpfen Dankeschön Fürs Angebot Aber nein, danke So Okay Die Teleportstatue Müsste das hier sein Ne? Genau Und dann teleportieren wir uns Zu der einen Statue Ist da unten noch eine Statue? Ne Ist nix Teleportieren Anliegte für einen Platau Na komm, bleib schneller Und da sind wir wieder Zurück So Euch möchte ich beim Kampf Nicht stören Das heißt Kämpft einfach schön weiter Und Ich lasse euch in Ruhe Hihi Was zum Du schon wieder Dieser blöde Kaktor Ja Antrag Ja Ich möchte die mitmachen, weil die Kaptoren hier sind selten Und die müssen eben halt gute Erfahrungen Das könnte dauern zwar eben lange, aber es lohnt sich. Ich weiß nicht, dass ich Death drauf gehen würde. Das muss ich auch mal fettig machen hier. Komm, schauen. Die Wälder muss uns noch ein bisschen durchhalten. Grüne Front. Komm schon, die Druck. Aua. Feuerschlag. Da rüben, Kyla. Autsch, Mano. Ich frag mich. Warte mal. Na, warte mal. Wer ich jetzt mal heiler mache, wird mir das ganze... Dingserspring vielleicht. Müsst du mal bitte was machen, Wandel? Warte mal. Ich hab auch nicht wirklich viel anwendet. Machen nämlich nichts. Okay, vielleicht so das tun wir es wahrscheinlich. Denken wir gut, dann halt nicht. Dann wird's aber leider eben so gemacht. Ich dachte, mit Manipulator könnte man wahrscheinlich was reißen, aber nein. War wohl viel Entscheidung hier. Und dann könntet ihr mal bitte den töten müssen. Lernen nicht. Der Rübenkeiler, ja ja. 5.000 Kristallpunkte. Yeah. So, wo ist jetzt diese blöde Mission? Die ist da hinten. Im Ernst? Die haben mich gesehen. War ja klar, dass sie mich sehen. Ich glaub, es ist ja gut, wenn sie mich nicht sehen. Vielleicht soll ich lieber auf grünen Fronten stehen. Ach so, das kann ich auch. Cool, cool, cool. Cool, catch. Nein! Nein! Lightning! Nein! Nein! Ach Mensch ey, Kampf neu beginnen! Mann, Mann, Mann! Nein, 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 nein! Ich hab' einen Schaf verstorben hier. So, scharfer Storben hier. Okay, ich muss ein bisschen schneller wachen. Satch, bitte! Und dann diese Beheilung. Und dann diese Beheilung. Weißt du noch nicht. Weißt du, oder nicht? Der Hebel. Komm, keine Abfall, diesmal. Nein? Okay. Noch nicht. So. Das ist einfach nur zurücklehnen und Kampf machen. La, la, la. Dann halt bis wieder viel zu lang. Frank, aber okay. Oh, nein. Nein! Das ist wirklich mal etwas fest da. Echt. Ey, ich denke, ich hab' nicht in dem Scanner. Ja. Du auch noch. Wirdest du bitte sterben gehen? Ich wäsche die X-Tasse. Wäsch, 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 wäsch. Wäsch. Ow. Komm. 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 Auf. Wir stellen uns runter. Ja, wir müssen uns mal alles verteilen hier. Ey, es ist neppig. Globbelnschlag, ja ja, klar. Das ist eine grüne, grüße Grüne Front. Na komm schon, wieder was sterben hier. Ja. Out of my way! Ja ja, ich weiß. So, so könntest du ihn jetzt bitte töten, weil er hat jetzt bloß noch nix mehr, sozusagen. Komm schon, komm schon, sterben. So, jetzt der letzte hier im Wunder. Komm schon, ich rufe es jetzt. La 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 la. Nein, mein ganzes Zeug verschwindet schon wieder. Ah. Ich weiß nicht, aber es ist nicht mehr so wichtig, dass ich das noch brauche. Dann wird hinter sich gleich tot. Hoffentlich. Schließlich, wenn ich im Schockenmodus habe. Könntet ihr euch ein bisschen beeilen, bevor auch noch eure Werte verloren gehen? Angriff. Komm schon, schneller. Gut, Lightning. Dankeschön. So, 4130. Bestienhorn. Mission erfüllt. Globlimmeister. Ja. Gut. Dann möchte ich jetzt noch schnell die Mission da oben annehmen. Hä? Was ist denn die? Ach, die ist hier gleich um die Ecke. Nee, die habe ich doch auch schon angemacht. Ich wollte die andere meinen, die andere, die wo da bei dem... bei den Riesen-Oschis ist. Und dann werde ich speichern. Und dann werde ich den Part beenden. So viel Zeit muss sein. Auch wenn der Part dann übelst lang mal wieder war. Sorry, Leute. Aber egal. Na komm, na komm, na komm, na komm. Vielleicht ein bisschen schneller. Du juckst mich gerade nicht. Nein. Da springt sie ja leider nicht. Das ist ja irgendwie zu hoch anscheinend. So. Dann. Schau doch mal. Wir müssen jetzt gleich da sein, wo ich hin will. Nee, dabei kämpfen sich die Bahamuts. Ich laufe gerade falsch. Bumm, du läufst gerade falsch. Herzlichen Glückwunsch. Hä? Nein, 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 nein. Muss irgendwie... Muss irgendwie da hin. Wenn ich durch die Gegner durchlaufen. Bumm. Nein, 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 nein. Oh, da habe ich auch keine Bock. Dich mache ich jetzt auch nicht. Danke. Wann ist das Item, das ich vorhin gesehen habe? Aber ich komme da nicht ran. Dann brauche ich wahrscheinlich eine... Dings... Wie heißt das? Ein Schokobo. So. So, hier. Das ist ja wahrscheinlich wieder zu tief. Hä? Jetzt klappt's. So, gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Ernsthaft? Welcher Gegner will ich mich jetzt angreifen hier? So, hier schnell entlang. Entlang, entlang, entlang. Hopp, hopp, hopp. Ganz schnell vorbei an dem großen Typen. Komm, da komm, da komm. Und schnell an den großen Typen vorbei. Zum Glück sind die nicht feindlich gesinnt, nur greifen an. Hä? 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 Na, ein Kacktor, ich will jetzt nicht. Jetzt möchte ich nicht. So, dich möchte ich gerne machen. Meine kleine Schwester wollte doch nur ihr Schokobus beschützen. Genau, der Schokobus-Beschützer. Dafür war sie sogar bereit, zu einer Essie zu werden. Nun ist sie fort. Ich habe überall nach ihr gesucht, doch ohne sie zu finden, auch nicht in kristallischer Gestalt. Sie wird doch nicht zu einer Sift geworden sein. Nein, das darf nicht sein. Sie wird sicher nur unterwegs aufgehalten. Bis zur Rückkehr kümmere ich mich um die Schokobus. Ich erledige den Saragin zum Qual von Nampfer in der Andlische Steppe. Genau, da muss ich jetzt hin. Und diese Mission ist wichtig, damit ich auch die Schokobus freischalte. Nein, du nervst. Kein Bock auf dich. Irgendwo ging es hier wieder runter. Muss es hier gewesen sein. Warte. So. Nein, da sollst du runterspringen. So. Dann speichere ich das Ganze jetzt ab und dann beende ich auch endlich mal diesen Part. Das wäre ja viel zu lang gegen meine Anwendung nach. Aber egal. Komm, 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 komm. Da hinten ist der Schwerpunkt. Er ist nicht mehr weit entfernt. Genau hier befindet er sich. Wir müssen noch schnell das Kristalltorium, würde ich behaupten. Das geht ziemlich schnell. So. Einmal Nitra erlernt. Und jetzt. Setsch, du machst weiter beim Augmentor. Du sollst endlich mal die RTB-Stufe bekommen. Die macht weiter beim Heiler. Und Snow macht weiter beim Brecher, so wie immer. 160 TP. Na toll. Das ist so eine HP, so. Das ist Wahnsinn. Er darf weiter beim Verheerer machen. Ne, eigentlich auch beim Heiler. Red' ich nicht schon davon Unsinn hier. So, Vitra erlernt. Wer kann der ja gar nicht mehr erlernt? Beim Heiler sehe ich gerade. Gut, Leute. Ich speier bloß noch schnell ab. Moment. Freuen wir uns zusammen. Speichern. Und wir sehen uns dann zusammen wieder im nächsten Video. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017